Nach der 1 zu 4 Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League übt Stefan Effenberg, ehemaliger Bayern-Spieler, deutliche Kritik am Team und Trainer Vincent Kompany. Er fordert eine Anpassung der Taktik, um die dramatischen Abwehrschwächen zu beheben. Effenberg betont, dass Kompany gewissenhaft analysieren müsse, um gegen Gegner mit hoher Qualität das Risiko zu minimieren. Die Bayern-Defensive war gegen die technisch starken Katalanen wiederholt überfordert. Effenberg erinnert daran, dass das Team früher gegen starke Gegner wie Manchester United nicht mit derselben Einstellung auftrat wie gegen schwächere Bundesliga-Teams. Er schlägt vor, dass Bayern kompakter stehen und dem Gegner mehr Ballbesitz überlassen sollte. In der Bundesliga läuft es für den deutschen Rekordmeister meist gut, Doch in der Champions League gab es bereits zwei Niederlagen in drei Spielen. Effenberg sieht die defensive Schwäche als Folge von Kompany's System und fordert mehr Stabilität von Spielern wie Joshua Kimmich und Palinja im zentralen Mittelfeld. Nach einem 9-2-Sieg gegen Dynamo Zagreb musste Bayern zudem eine überraschende 0-1-Niederlage bei Aston Villa hinnehmen und steht nun unter Druck, die Defensive zu stabilisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017